ja aber hallo herzlich willkommen zurück zu let's play the last of us ja wir leben am besten ich habe keine links nicht keine bauen doch kann ich wohl ja genau weg von hier das war einfacher als gedacht ja aber wir müssen woanders stecken wir sollten nichts riskieren hier kommen wir rein ich habe leider nicht genug fähigkeiten warte mal ich muss mal kurz wieder heilen so weiter geht die reise moment munition für dich rot ist immer gut das hat mir gerade so ein bisschen den arsch gerettet naja sie als sie als hier hat sie Warte mal. Ich meine, die da, ne? So. So. Vor allem sehr nett. Und wir machen, dass wir hier wegkommen. Verdammt, verschlossen. Wir müssen da rein, um an die Batterie zu kommen. Na los, Bill. Ich hab, durch das Fenster, schnell. Ja, geh doch hoch. Ja. Los, komm. Kopf ab. Kopf ab. Das ist da klasse. Bill, wohin? Erst mal weg hier. Wir müssen rausgehen. Komm hin. Kann man hier auch was in die Tür stecken? Wir, erschleichen wir uns hinten aus. Ja. Ja. Gute Nacht. Geh mal weg. Nein, ich hasse das. Da könnte ich mich tatsächlich noch. Ich habe mich nicht mehr. Oh, come on, come on. Oh, come on. Oh, come on. Oh, come on. Kann ich irgendwas bauen? Kann ich nicht. Oh, come on. Oh, come on. Oh, come on. Jetzt war alles mit Nimi. Wie gesagt, der Klicker ist das einzige, was mir gerade so ein bisschen auf die Nüsse geht. Aber alles andere kriege ich ohne Probleme hin. Oh, Nagelwurm. Ah, komm. Ich hab keine Nerven dazu mit dem Typen hier, aber gut, wir müssen es ja eben machen. Die Nagelbombe, die hat man kurz immer aufgerückt. Gut, dann haben wir soweit auch das frei. Okay. Am Anfang. BTF. F. Verdammt, was ist das? Ein verdammter Blut. Ein was? Er liegt in Denkung. Ich mach das. Ich mach das. Ich mach das. Ich mach das. Ah, lecker. Ich mach das. 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 Weißt du, wie hier ist das? Was ist das? Ja genau, geh doch am besten da Ich bleib doch ruhig stehen Der ist egal, der macht nix Ich hasse sowas Mist, Kerl, Alter Aber der einfach nur stehen geblieben ist Sonst hätte ich ihn locker gehabt Nein, bleib doch stehen! Nein, bleib doch! Nein, bleib doch! Mit Vieh. Die Frage ist, wie lange hält der, wie viel hält der aus? Ich weiß nicht, warum hast du das? Ja, mein Gott, ey, geht doch, genau, mach damit's überhaupt nix, Mann, ey, dieses Missvieh. Ich brauch Deckung, ich brauch Deckung. Ja, und? Dann hol dir deine scheiß Deckung. Hier drüben! Hier drüben! Hier drüben! Hier drüben! Hier drüben! Mann, ey! Zielen! Ich kann nichts machen mit dem Viech. Hier drüben! Hilfe! Das geht mir ja gerade ein bisschen auf den Sack, dass das Viech eigentlich nur auf mich geht. Es geht nur auf mich! Nein! Hier drüben! Hier drüben! Hier drüben! Hier drüben! Das ist Missvieh nicht down! Geh mir nicht auf die Nüsse! Hier drüben! Immer ich, ey! hier drüben! Hier drüben! Hier drüben! Hier drüben! Hier drüben! Hier drüben! Ich habe eine Vorahnung! Hier drüben! auf dem rücken gehen weil der musste der doch so schutzschilder also ich habe natürlich nichts mehr viele von keine mini mehr haben nein jetzt hat er mir mal den rücken zugedreht und es kann nicht sein ich krieg's nicht ja das ist klar Alter was für ein Viech ey war das in dieser folge wir sehen uns in der nächsten folge wieder dann bei let's play the last of us und dann gucken wir dass wir hier rauskommen